Sie sind hier, 28. Januar 2019, 19.59 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Ante Rebic spricht über seine Zukunft, Urheberrecht Getty Images, Ante Rebic von Eintracht Frankfurt äußert sich über seine Zukunft und kann sich einen Wechsel auf die Insel in die Premier League durchaus vorstellen. Ante Rebic machte letzte Saison als Pokalheld und bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam. Doch auch in dieser Saison läuft der 25-Jährige richtig heiß. In 14 Bundesligaspielen erzielte er bereits sieben Tore. Ein Wunder, dass diverse Vereine den Kroaten verpflichten wollen. Dem Frankfurter sollen diverse Angebote auch aus der Premier League vorliegen. Wie die Daily Mail berichtete soll Offensivspieler einem Wechsel auf die Insel nicht abgeregt sein, ich kann nicht bestreiten, dass viele Klubs Interesse zeigen, darunter auch einige aus England. Die Premier League ist attraktiv und sollte meinem Spielstil entgegenkommen, das wäre eine Erfahrung wert, neben Manchester United sollen auch Arsenal und Tottenham Hotspur an Rebic interessiert sein. Laut der Meldung müssten die englischen Vereine 40 Millionen Euro für den Frankfurter hinlegen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia